Was nimmt man an Einstreu für Wachteln? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Wachteln in drei Minuten, erklärt von der Wachtelfarm Hedstedt. Die Frage, was man am besten für eine Einstreu nimmt, für die Wachteln, erreicht mich relativ häufig. Ich habe dazu schon einige Videos gemacht, gerade mit Hinweis auf meine Deep Litter Versuche. Ich habe auch Videos gemacht zur Saugfähigkeit von Einstreu, von unterschiedlichen Einstreuarten. Diese Videos werde ich mal übersichtsweise unter diesem Video verlinken. Also schau da einfach mal durch. Die Frage ist, wie du deine Wachteln hältst. Hast du beispielsweise eine offene Voliere, in die es auch mal reinregnen kann? Dann ist natürlich ein Einstreu wie Hobelspäne oder Dinkel oder Rapsstroh oder auch Hanf natürlich etwas ungeeignet. Einstreu im Außenbereich grundsätzlich schwierig, weil wenn die nass wird, fängt es unheimlich an zu stinken. Es wird anfangen zu schimmeln und die Wachteln werden dann auch Schäden davon tragen, weil sie an den nassen Füßen dann Kotklumpen bilden, die grundsätzlich für die Fußgesundheit der Wachteln nicht gut sind. Im Außenbereich, also in einer Voliere, am besten einen Naturboden lassen oder aber mit Sandarbeiten. Was auch noch gehen würde, wäre beispielsweise Pinienrinde. Rindenmulch sollte man möglichst lassen, es sei denn, der ist mehrfach thermisch behandelt und entstaubt. Dann wird das auch gehen. Es geht halt darum, dass die Einstreu trocken werden muss. Im Innenbereich, in Stellen kannst du Einstreu nutzen, die saugfähig ist. Wie gesagt, unter dem Video auch mein Einstreutest. Da kannst du für dich selber die beste Einstreu raussuchen. Und das kommt natürlich auch auf die Verfügbarkeit an, die bei dir vor Ort vorliegt. Ich persönlich halte von Holzspänen, von Hobelspänen nicht wirklich etwas. Die fangen unheimlich schnell an zu riechen, um nicht zu sagen zu stinken. Und lassen sich auch sehr schwer kompostieren, weshalb die Entsorgung im Garten auch nicht so ohne weiteres möglich ist. Ansonsten kannst du ein Einstreu nutzen, was sich locker und leicht schütten lässt. Wichtig ist, du musst darauf achten, dass sie trocken bleibt. Am besten jeden Tag einmal kurz durchgehen mit einer Harke. Dann verlängerst du auch die Liegezeit für die Einstreu. Und du bist auf der sicheren Seite. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise unter das Video. Sonntags 20 Uhr. Ein Livestream, in dem dir deine Wachtelfragen beantwortet werden. Ich freue mich. Bis dahin.